Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein sehr kontroverses Thema und zwar geht es um Kinder im Netz und ich möchte auf dieses Thema eingehen, weil ich letztens ein Reel gepostet habe auf Instagram. Ich habe einen Kommentar dazu erhalten und da würde ich sehr, sehr gern drauf eingehen, weil das liegt mir natürlich auch am Herzen und ich möchte das mit euch aufklären und es soll auch für alle, für uns aufschlussreich sein, weil wir sind alle an der Gesellschaft beteiligt und ich denke, es liegt einfach auch so in unserer Verantwortung, wie wir dem Thema einfach gegenüberstehen. So, ich will euch jetzt mal den Kommentar vorlesen. Genau, und zwar, wie gesagt, ich habe ein Reel gepostet mit Leonie, mit mir zusammen, haben wir die Morgenroutine, habe ich die Morgenroutine gezeigt. Genau, und dann kam eben ein Kommentar, yay, erst mal sein Kind vermarkten. Ich habe den Kommentar gelesen und dann habe ich mir gedacht, soll ich da überhaupt darauf eingehen, soll ich mich da überhaupt darauf, also rechtfertigen. Genau, und auf jeden Fall hat es mich schon irgendwie so ein bisschen getriggert, aber ich wollte halt nicht auf Konfrontation gehen und ja, habe dann einfach mit diesen Worten geantwortet. Ja, mit Herz und besonders viel Liebe, ne, ja, ist halt sehr viel Ironie mit dabei gewesen, viel mit Ironie, also viel Ironie mitgeschwungen, ne, hätte vielleicht jetzt auch nicht sein müssen, genau, nur in dem Moment, es war einfach so, was soll ich jetzt darauf antworten, soll ich mich jetzt da rechtfertigen oder was? und deswegen habe ich dann halt so geantwortet. Dann kam auch eine Antwort zurück, genau, und sie wird später mit besonders viel Liebe gemobbt oder wie? Ja, das war dann natürlich, Moment, ich muss jetzt nochmal kurz auf meinen Insta-Kanal, weil ich habe dann was zurückgeantwortet. Und sie wird später mit besonders viel Liebe gemobbt oder wie? Dann habe ich nochmal zurückgeantwortet und habe eben geschrieben, Mobbing ist meines Erachtens ein sehr wichtiges Thema. Meine Frage an dich, wie würdest du dein Kind vor Mobbing schützen und wie würdest du dein Kind davor aufhalten, dass es aktiv Mobbing betreibt? So, ja, ich will das Thema mit euch beleuchten, weil es ist doch schon sehr, sehr wichtig. Und ich, also, klar, es hat mich schon so ein bisschen getriggert, ne, dieser Kommentar, aber ich will immer alles, was kommt, das Gute daraus ziehen oder was können wir daraus lernen. Und, ja, sie hat das Thema angesprochen mit Mobbing, finde ich total wichtig und es ist auch wichtig zu betrachten. Jetzt ist es so, ich bin Mama einer Tochter und ich zeige mein Kind öffentlich. In unserem Fall ist es jetzt natürlich so, damals, als wir in der Situation waren, als wir die Diagnose erhalten haben, war es für uns als Eltern und so auch für mich halt jetzt als Mama schon eine krasse Zeit, ja. Und das Erste, was man halt macht, man geht ins Internet und man sucht sich Informationen raus, was bedeutet Diagnose, was ist Trisomie 21, was ist Down-Syndrom, was hat es auf sich, was wird mein Kind haben, was wird es kriegen und, und, und. Und natürlich, so tickt der Menschenverstand einfach, dass wir als Menschen einfach Angst haben, Sorgen haben und vor allem Angst haben vor dem Unbekannten, ja. Und, ja, und was, was machen wir dann? Dann ist es natürlich für uns so wichtig, zu sehen, wie sieht das denn aus? Wie sieht Down-Syndrom aus? Und, äh, was, was, was hat das denn? Wie wird mein Kind aussehen? Also, sind wir ins Internet gegangen und haben geguckt, ah, okay, ähm, so sehen die Kinder aus. Und, ähm, damals, als die Diagnose ganz frisch war, ähm, hat eine Freundin mir einen Account geschickt, ähm, von einer Mama, die ein Kind hat mit Down-Syndrom. Und, äh, genau, und das habe ich mir natürlich dann direkt auch angeschaut und ich muss sagen, das hat mir einfach sehr, sehr geholfen. Ähm, es war auf Instagram, also es waren halt immer so kurze Videos und dann habe ich dann auch gesehen, dass es auch, äh, eine Dokumentation über sie gab mit ihrer Tochter und, äh, das hat mir wirklich schon auch sehr, sehr geholfen, einfach ein Bild davon zu bekommen und, äh, was, äh, bedeutet das? Und, äh, was mich wirklich, ne, am meisten beruhigt hat, dass ich diese Mama gesehen habe und gesehen habe, hey, die sieht ja voll normal aus. Weil, was war mein erster Gedanke, als ich die Diagnose erfahren habe oder beziehungsweise bestätigt hat? Ich habe gedacht, mein Leben als Mama oder als Mensch ist einfach vorbei, ja? Weil ich ein Kind haben werde, das behindert ist, wo ich mich pflegen muss, wo ich, ähm, äh, dass ich pflegen muss, äh, mit dem ich, keine Ahnung, nur im Krankenhaus sein werde und ich mich verkriechen werde, weil ich in so ein tiefes Loch falle und, 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 also tausende Gedanken, tausende Ängste ging mir einfach durch den Kopf und das hat mich so, so, so beruhigt. Also wirklich, das hat mir so viel an, ähm, Angst genommen, ne? Und ich habe gesehen, dass sie normal geredet hat, gelacht hat und dachte, oh Gott, hey, Gott sei Dank, also mein Leben ist doch nicht vorbei. Und obwohl ich natürlich, ähm, 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 das schon alles so direkt auch, ähm, angenommen habe, ich habe ja auch damals zu meinem Mann gesagt, hey, ähm, wir können doch froh sein, dass Leonie eigentlich bei uns ist, weil wir sind ja eigentlich die perfekten Eltern für sie, die für sie einstehen werden, gerade in so einer Gesellschaft, ähm, wo eben Behinderung vielleicht nicht so akzeptiert wird, ja? Und, äh, wo diese, ähm, in einer Gesellschaft, wo die Kinder vielleicht dann auch, keine Ahnung, gehänselt werden oder gemobbt werden. So, ähm, genau, deswegen, das wollte ich eben sagen, dass das halt für uns als Eltern so, so wichtig war, also für mich, also ich spreche jetzt mal für mich als Mama, für mich war es sehr, sehr wichtig, ein Bild zu haben, sowas, irgendwas so zum Greifen, ja? Ja, und, ähm, auf YouTube haben wir halt viele Dokus gesehen, ähm, genau, aber das ist ja dann auch immer so ein bisschen so dokumäßig, äh, da ist dann auch immer jemand dabei, ähm, ein Gesprächspartner, äh, der dann immer fragt und dann ist es so, sag ich mal, immer so ein bisschen nicht so das echte Leben, sag ich mal, ne? Und, ja, es hat mich einfach so in dem Prozess, in dem, sag ich mal, Verarbeitungsprozess mit allem klar zu kommen, war einfach so in mir dieser Wunsch oder dieser Drang danach, ähm, ein YouTube-Kanal zu starten, ja? Weil, ein YouTube-Kanal zu starten und einfach offen und ehrlich darüber zu reden, über die Gefühle, über was passiert ist, ne? Und ich sag's euch ganz ehrlich, also, für mich, das Reden mit euch, mit euch zu interagieren, zu hören, eure Geschichten auch, meine Geschichte teilen zu dürfen hier, das alles hier rauszusprechen, ist für mich als Mama, als betroffene Mama, wie eine Therapie. Und es hat wirklich sehr, sehr viel mit mir gemacht, ne? Weil, wie ich auch so die Resonanz sehe und wie ich sehe, was für eine Liebe darüber kommt, ähm, hat es natürlich, äh, sehr, sehr viel dazu beigetragen, ähm, einfach, sag ich mal, schneller wieder, ähm, zurück ins Leben auch zu finden. Und, ja, ich bin einfach auch so von Natur aus ein sehr positiver Mensch, ich lache gerne, ich rede viel und gerne, ähm, ja, ich hab immer gute Laune und ich will einfach, dass das Leben cool ist, dass das Leben locker ist. Und das will ich halt auch Leonie vorleben und ich hab mir immer geschworen, egal, was im Leben passiert, ich werde mich nicht vom Leben unterkriegen lassen, ja? Ja, und da zähle ich natürlich auch sowas dazu, so ein Schicksalsschlag, ja? Ähm, eine Diagnose deines Kindes, was dich dein ganzes Leben begleiten wird und auch natürlich halt das ganze Leben deines Kindes, was es dein Kind begleiten wird, ne? Und, ähm, ja, deswegen, äh, ja, war es für mich halt auch so wichtig, das hier rüber zu transportieren und ich hätte halt auch damals an meiner Stelle gerne was gehabt auf YouTube, wo ich so dann auch noch mehr mitten aus dem Leben raussehe, aber so im Videoformat. Auf Instagram gab's ja schon einiges, ja, was auch super, auch wirklich geholfen hat, aber sowas, ähm, auf YouTube hab ich halt gedacht, ähm, das ist halt cool, wär so das echte Leben und somit ist ja auch auf meinem YouTube-Kanal dieses Format entstanden, Family Vlogs und eben, dass ich euch halt, äh, nicht überall, aber ziemlich viel, was halt eben mit Inklusion zu tun hat, was mit Leonie, ihrer Entwicklung zu tun hat, eben da auch euch mitnehme, dass ihr so Einblicke kriegt. Und was das Thema jetzt dann auch, ähm, angeht, Mobbing, ja, ähm, ist natürlich auch berechtigt, ne? Was sie, äh, da unter das Reel auch geschrieben hat und, ähm, jetzt allgemein auch betrachtet, die Eltern, die ihr Kind eben öffentlich eben zeigen, ja? Also, meine Meinung dazu ist, ähm, ich bin da etwas, sag ich mal, lockerer, ähm, ja, vielleicht ist es auch, weil wir aus China kommen, Hongkong kommen und da ist es auch irgendwie so alles bisschen lockerer, auch so in der asiatischen Welt oder in den USA ist es auch, ähm, alles ein bisschen lockerer gesehen, weil man hat auch so, also, ich rede jetzt nur für mich persönlich, ja? Ähm, wenn ich jetzt andere Accounts sehe von Mummies, ja, die ihr Leben zeigen und so, ne? Ähm, also, erstens mal ist ja Social Media sehr, sehr visuell, ja? Und, ähm, ja, und ich meine, die zeigen halt ihre Familie und die zeigen halt ihr Leben und dazu gehören halt auch irgendwie die Kinder und ich als Zuschauerin hab halt überhaupt gar keine bösen Gedanken oder irgendwas, äh, wo ich denke, ohrvoll, ähm, in Szene gesetzt. Natürlich gibt es auch Grenzen, ne? Also, wenn jetzt die Kinder, sag ich mal, nackt gezeigt werden oder, ähm, ja, in, in komischen Situationen, ähm, und, ähm, klar, natürlich, das ist natürlich ein bisschen, ähm, das ist dann natürlich grenzwertig, ja? Aber wisst ihr, wir leben jetzt in einer Zeit, wir leben in einer ganz anderen Zeit, wir leben in der Zeit von Social Media, ähm, Menschen zeigen sich öffentlich, Menschen teilen ihre Geschichten öffentlich, ja? Und, äh, klar, es gibt Nachteile, aber es gibt auch viele, viele Vorteile, ja? Und ich sag jetzt mal genauso, Accounts, die jetzt ihr Familienleben zeigen, ja, äh, bin ich mir sicher, dass viele Mamis, auch werdende Mamis oder die, die eben auch Kinder haben und, äh, keine Ahnung, Bloggerinnen halt folgen und die zeigen ihren stressigen Alltag, dass sie halt einfach sowas haben, woran sie sich erfreuen können oder wo sie sich Tipps holen. Und dieses Social Media hat ja auch diesen Zweck, dass man sich verbindet und austauscht, ne? Und das sehe ich halt als Vorteil, ja? Nachteil ist natürlich Mobbing, ähm, Hate und, ähm, genau, Shitstorms und, äh, was halt so dazu gehört. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ne? Also sind wir mal ehrlich, Hate und Mobbing ist doch im echten Leben genauso präsent oder gab's doch schon immer, ähm, wie, jetzt ist es halt nur auf Social Media, ja? Ähm, dass die Grenzen vielleicht da eher überschritten werden, okay, gut, natürlich, das ist vielleicht einfacher, ähm, über Social Media Hate Kommentare abzugeben oder zu Shitstorm oder was oder zu mobben, ja? Aber im echten Leben, äh, kann es doch auch schon ganz schön abgehen, oder? Und deswegen sage ich, ist meine Meinung, äh, Thema Mobbing ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde, dass wir als Eltern, äh, dass wir als Menschen der Gesellschaft, äh, die Verantwortung haben, bei uns selbst anzufangen oder unseren Kindern das vorzuleben, unsere Kinder aufzuklären. Äh, hey, was heißt denn Mobbing? Aber unsere Kinder auch davor, äh, zu schützen und in dem, also wie schützen wir denn unsere Kinder? Wie können wir denn unsere Kinder am besten schützen? Ich glaube, wir können unsere Kinder am besten davor schützen, dass wir sie aufklären, dass wir ihnen sagen, was bedeutet das, was ist das, ähm, dass wir sie selbstbewusst erziehen. Dass wir selbstbewusst vorleben, Selbstbewusstsein ihnen vorleben. Ich glaube, damit können wir viel, viel mehr bewirken, als wenn wir immer nur sagen, ja, dein Kind wird dann gemobbt später oder ich habe Angst davor, dass mein Kind gemobbt wird. Ich würde eher an der Wurzel anfangen, ähm, wo es beginnt, ja? Ja, und da stehen wir als Eltern besonders sehr, sehr groß in der Verantwortung. Und natürlich auch die Pädagogen im Allgemeinen stehen auch in dieser Verantwortung. Aber auch alle Menschen, die Teil sind dieser Gesellschaft, ja? Dass wir unsere Kinder auch aktiv aufklären, dass sie selbst nicht nur nicht Mobbingopfer werden, sondern dass sie nicht Täter werden, ja? Dass sie aktiv Mobbing betreiben. Ich war selbst ein Kind, ich war selbst Schülerin, ja? Und ich habe auch ganz viel Mobbing mitgekriegt. Ich hatte irgendwie so das Glück, dass es mich nicht getroffen hat. Aber ich glaube, es lag auch wirklich daran, dass ich schon von Jungen auf sehr, sehr selbstbewusst war. Und wie ihr vielleicht auch wisst, ich bin ja bei einer deutschen Familie aufgewachsen, bei meinen Pateneltern und bei einer sehr, sehr liebevollen Frau, die mich super toll wirklich erzogen hat und mir was wirklich tolle, tolle Werte vorgelebt hat. Und vor allem, also den höchsten Wert, den sie mir vorgelebt hat, war Liebe, ja? Lieb zueinander zu sein, die anderen Menschen zu respektieren, höflich zu sein, freundlich zu sein, zu lächeln, schön zu sein, sich schön zu fühlen. Das sind Dinge, mit denen ich groß geworden bin. Und meine Patentante hat mir von klein auf Inklusion beigebracht, ohne das Wort Inklusion überhaupt in den Mund zu nehmen. Wir sind die Straße entlang gelaufen. Sie hat mir erklärt, wenn jemand im Rollstuhl vorbeikam, wie man diesen Menschen entgegentritt, ja? Wenn jemand, sag ich mal, Fülligeres entgegenkam, hat sie mir auch gesagt, dass man diese Menschen auch nicht auslachen darf, ja? Und das, sag ich mal, das passiert alles auch zu Hause, ja? Und deswegen finde ich das viel, viel wichtiger, dass wir Prevention schon zu Hause vornehmen und uns da selbst auch an die Nase fassen und auch, wie wir unser Kind, sag ich mal, Essen geben oder füttern, dass wir unserem Kind auch aus natürlicher Art und Weise schon direkt auch diese Werte mit auf den Weg geben, ja? Und unsere Kinder nicht einfach dem dann selbst überlassen. Dass meine Tochter, dass Leonie vielleicht gerade mit ihrer Beeinträchtigung oder gerade mit Down-Syndrom vielleicht eher eine Zielscheibe werden könnte in der Gesellschaft und als Mobbing-Opfer, sag ich mal, leiden könnte, ist mir natürlich bewusst. Aber, also ich kann auch nicht mit im Kindergarten die ganze Zeit sein. Ich kann nicht mit in der Schule mit dabei sein. Ich kann nicht mit die ganze Zeit in ihrem Leben dabei sein, weil das ist ja totales, totale Gegenteil von Selbstständigkeit, ja? Aber was ich machen kann, ist ihr Liebe vorleben, Freude, ja, eben wie man andere Menschen sieht, wie man andere Menschen respektiert, ja, zuhören, ja, hilfsbereit sein, Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, ne? Und das ist das, was ich ihr vorleben kann, was ich ihr zeigen kann. Und ich sag euch jetzt auch ganz ehrlich, ne? Nicht nur, weil Leonie jetzt Down-Syndrom hat, ist es so meine Meinung. Das war schon vorher so meine Meinung. Und ich hätte, wenn ich jetzt ein neurotypisches Kind geboren hätte, hätte ich nicht viel anders gemacht in der Erziehung, sag ich euch ganz ehrlich. Weil, ja, ich sag's mal so, es kommt halt, bei mir kommt es halt so aus dem Herzen heraus, ne? Und mir war schon immer wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, die mit mir sind. Dass die wissen, hey, weißt du, ich hör dir zu und du kannst so sein, wie du bist. Egal, wie du aussiehst, egal, was du gerne machst, ja? Hauptsache, du bringst jetzt vielleicht keine anderen Menschen um, ja? Das find ich jetzt nicht so cool. Oder du mobbst andere Menschen, find ich auch nicht cool. Und, ja, aber, genau, das war mir einfach so wichtig, dass der Mensch gegenüber sich auch von mir so wertgeschätzt fühlt, ja? Respektiert fühlt und einfach ein guter Austausch, gutes Gespräch. Oder, ja, das war mir halt schon immer wichtig. Und deswegen, genau, ist natürlich in meinem Fall mit dem Inklusionshintergrund nochmal alles ein bisschen spezieller, ja? Und, ja, ich lebe es Leonie vor, selbstbewusst zu sein. Aber ich muss sagen, sie ist auch schon von Natur aus sehr, sehr selbstbewusst. Und ich weiß, sie lässt sich nicht unterkriegen. Ich weiß auch, ich kann sie beruhigt in den Kindergarten schicken. Sie kann sich ausdrücken, was sie will. Vielleicht nicht so wie andere neurotypische Kinder, aber ich sage mal so, sie holt sich, was sie will. Sie kriegt, was sie braucht, ne? Also, sie findet immer einen Weg. Und ich finde es total spannend, auch Leonies Entwicklung mit zu beobachten. Und ich bin auch so stolz auf sie. Und, genau, das möchte ich euch auch ans Herz legen. Seid auch stolz auf eure Kinder. Kritisiert eure Kinder nicht zu sehr, sondern lasst sie. Jedes Individuum ist einzigartig und hat seine Stärken, seine Schwächen. Was ihr machen könnt, geht auf die Stärken eurer Kinder. Schaut, was haben die, wo blühen die auf? Wo haben die Leidenschaft? Ja? Lebt ihnen einfach diese Werte vor. Und, ja, ihr werdet sehen, wie glücklich eure Kinder bleiben. Weil eure Kinder kommen glücklich zur Welt. Ja, jetzt habe ich euch so ein bisschen dazu gesagt. Und, genau, also, das ist so zum Thema einfach Kindervermarktung, ne? Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was sagt ihr dazu, öffentlich die Kinder im Netz zu zeigen, ne? Ich sage natürlich, klar, die Kinder sollen jetzt nicht in blöden Situationen dargestellt werden, ja? Aber, ne? Aber wenn es dazu dient, dass man, sage ich mal, Freude, Lebensfreude transportiert, Liebe, ja? Und wenn es gute Dinge sind, positive Dinge, dann sage ich, why not? Oder? Das Leben ist doch schon, sage ich mal, traurig genug, ja? Also, ich glaube, lasst uns doch zusammenhalten. Und ich meine, wenn Familien ihre Kinder zeigen, dann sollen sie doch ihre Kinder zeigen. Und wenn die happy damit sind, dann ist doch auch okay. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist doch, hey, entweder ihr schaut weg und schaut nicht hin und folgt denen nicht oder ihr folgt denen und sagt, hey, voll cool, das hat mich jetzt auch voll inspiriert. Ey, das macht mein Kind jetzt auch gerade durch. Weil ich meine, jetzt in der Zeit von Internet, von Social Media, muss man ja auch diesen großen Vorteil sehen, wie viel lernen wir voneinander? Hallo? Ja? Wie viel haben wir gelernt durch das Internet über Down-Syndrom? Aber von wirklich betroffenen Familien, von Eltern, von Mamis. Ja? Das kriegen wir doch in keiner Literatur zu lesen, was wir da schon alles gelernt haben. Und wenn ich überlege, für die Möglichkeiten für unsere Kinder mit Beeinträchtigungen, die Therapien, wie sich das durch das Internet wie ein Lauffeuer verbreitet und wie viel man davon schon profitiert hat und wie viel man anderen Familien damit hilft und anderen Kindern vor allem. Deswegen sehe ich das alles ein bisschen lockerer, einfach das Positive rausziehen. Ja? Und wenn euch, genau, diese Welt von Social Media nicht so gefällt, dann zieht euch da auch natürlich zurück. Aber, klar, wir Eltern haben ja auch so die Frage, hey, wann lassen wir unsere Kinder in Social Media? Wenn ich jetzt mal an meine Neffen und Nichten denke, ja, die sind im Alter zwischen sechs und elf und dann, wenn ich mir überlege, ja, das ist so die Zeit, ja, die schauen auch YouTube, die schauen auch ihre Gute hier auf YouTube an und, genau, aber ich, also, wir, wir, wir können eigentlich unsere Kinder nur davor schützen, wenn wir sie davor aufklären, wenn wir denen gutes Selbstbewusstsein vorleben, mitgeben, wenn wir sie stärken, wenn wir sagen, hey, du bist gut, so wie du bist, don't criticize too much, wie gesagt, ja, und, genau, lasst eure Kinder einfach glücklich sein. Und jetzt wollte ich euch, also würde jetzt auch nochmal so zu dem Thema passen, Kinder im Netz, Kinder in der Öffentlichkeit zeigen und zwar hat mich vor ein paar Tagen ein Kommentar auf ein, unter einem YouTube-Video erreicht, ne, so, habe ich den jetzt abfotografiert? Ja, genau, äh, genau, da schreibt eine Abonnentin, Hallo Kiwi, ich habe leider kein Instagram oder ähnliches, ich bin 26 und in der 17. Schwangerschaftswoche mit unserem ersten Kind, wir erhielten die Diagnose Down-Syndrom am Montag durch eine Fruchtwasserpunktion, könnte man dich sonst irgendwie erreichen, wir sind etwas verzweifelt, deine Videos machen uns Mut, ganz liebe Grüße, so, ich habe darunter geschrieben, äh, genau, dass sie mich natürlich erreichen können, habe auch, äh, meine, ähm, E-Mail-Adresse weitergegeben und, äh, wir haben uns auch direkt connected über WhatsApp, ne, und genau, äh, diese Frau, diese werdende Mama hat sich, äh, da befunden, der einzige Unterschied, dass sie es eben schon in der Schwangerschaft, ähm, erfahren hat, aber genauso an der Stelle, als wo ich mich befunden habe, vor fünf Jahren, als Leonie zur Welt kam und die Diagnose feststand, ja, und, also, wir haben uns per Zoom kennengelernt, ich habe ihr das angeboten, dass ich, äh, mit ihr auch, äh, spreche über die Fragen, die sie hat, ne, und, ähm, ja, weil ich habe einfach sofort gespürt, sie fühlt sich so, wie ich mich eben vor fünf Jahren gefühlt habe, und damals, als es bei uns war, kam auch jemand von der Lebenshilfe zu uns sogar extra nach Hause und, äh, hat mit uns das so alles durchgesprochen, ne, klar war viel Informatives auch mit dabei, aber, ähm, ja, ich glaube, dass, das, äh, eigentliche, was man in dem Moment braucht, ist so ein offenes Ohr und einfach auch zu wissen, hey, äh, da ist jemand, äh, die kennt sich damit aus, weil sie es selbst erlebt, weil sie selbst ein Kind hat mit Down-Syndrom. Und genauso war es auch für diese werdende Mama, mit der ich gesprochen habe, ähm, ja, wir haben ganz toll uns ausgetauscht und, äh, ja, ich konnte auch einfach spüren, dass sie echt, äh, nach dem Gespräch auch erleichtert war, ne, und im Kommentar hat sie auch geschrieben, äh, deine Videos machen uns Mut und jetzt könnt ihr mal hier live, sag ich mal, miterleben, wie wichtig es ist oder, ne, wie viel wir damit bewirken können durch diese Videos, ja, und es gehört halt dazu und wir wollen Leonie nicht verstecken, ähm, ja, und man, die Gesellschaft braucht halt dieses Bild, ne, was ist das, das Unbekannte und, ähm, ja, und ich hab so das Gefühl, jetzt ist auch so die Zeit, gerade von Menschen mit Down-Syndrom, aber auch von natürlich anderen Menschen mit Behinderung, körperliche Behinderung, geistige Behinderung, jetzt ist so die Zeit von Inklusion, ähm, ähm, ja, ich spür's total und deswegen sind wir hier auf YouTube und, ähm, ja, ich bin hier mit euch, mit meiner wundervollen Community auch nochmal hier an dieser Stelle danke für über 2000 Abonnenten jetzt und danke auch für eure Kommentare, für euren Austausch, wie gesagt, ihr helft mir genauso viel und, äh, genau, deswegen let's be a happy place, a safe place und lasst uns einfach nur Liebe weiterbringen und Frieden, Harmonie, ja, so, das, das war mein Wort jetzt zum Sonntag und freue mich natürlich, wenn ihr hier auf dem Kanal bleibt und, äh, falls ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, ja, und, äh, auch gerne die Videos liked, ähm, das hilft uns natürlich auch dabei, dass die Videos auch mehr gesehen werden, von der werdenden Mama übrigens, habe ich erfahren, sie hat gesagt, sie hat jetzt seit zwei Wochen wirklich kontinuierlich und sehr intensiv im, äh, Internet recherchiert und besonders auf YouTube und sie hat gesagt, erst jetzt vor ein paar Tagen wurde ich ihr durch Zufall, ähm, wurde ein Video angezeigt, also über mehrere Umwege, ähm, es hat sie erreicht, wir sind froh, ich bin dankbar, dass es sie erreicht hat und dass es ihr weiterhelfen konnte, aber jetzt wisst ihr auch mal, wie wichtig es ist, diese Videos zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren, einfach für den YouTube-Algorithmus, ja, und schaut mal, ihr könntet auch mit dabei sein, einer Mama, dadurch nur, dass sie die Videos seht, ähm, schon für sie so eine Erleichterung zu empfinden, freue ich mich, wenn ihr ein Teil davon seid, wenn ihr da auch aktiv mitmacht, die Sachen zu teilen, die Videos, wo immer ihr auch denkt, wo es gut platziert ist, wem es helfen könnte, so meine Intention hier mit diesem Kanal ist es natürlich, ähm, unser Leben zu teilen, über mein Mama-Leben zu sprechen, wie ist unser Leben, wie läuft es hier ab, und natürlich auch über Inklusion, über Down-Syndrom, auch zu teilen, wie Leonie sich entwickelt, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, diese, äh, Bridge von Inklusion zu der, ähm, Gesellschaft einfach zu, ähm, schaffen, ja, deswegen ist Leonie in einem Regelkindergarten, ja, wir wünschen uns es auch für Leonie, dass sie in eine Regelgrundschule geht, und da sind wir jetzt natürlich auch dran und schauen, welche Möglichkeiten es gibt, was können wir dafür tun, als Eltern, was kann seitens der, ähm, Schule getan werden, ja, aber in naher Zukunft mehr dazu, deswegen bleibt unbedingt dran, abonniert den Kanal und drückt die Benachrichtigungsglocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn ein neues Video online geht und es werden so spannende Videos kommen, so tolle Themen, wirklich, ich freue mich auf euch, danke fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald, ihr Lieben, ciao, muah, und bis jetzt ,